Hallo und herzlich willkommen zurück bei The 2 Life is Strange. Ja, wir sind ja gerade dabei, die verschiedenen Hinweise und Sachen zu kombinieren und haben das von Frank schon hinbekommen. Jetzt müssen wir David noch hinbekommen und dann das von Nathan. Schauen wir mal. Das ist definitiv Chloes Auto. Ja, ein anderes Auto, das David trackte. T-W-L-G-H-T-Z-N. Wow, Sir, this looks like an expensive machine. Hmm, who does this car belong to? Interesting. Is this Nathan's car? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Hmm. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Haben wir ja einmal gesehen. Okay, let's find out whose car this is. Machen wir das. Dann das. Und das. Dann vielleicht das Foto. Come on. To do's Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Dann ist das vielleicht das Auto von Director Wells. P-W-L-G-H-T-Z-N. Sonst wüsst ihr nicht, von wem das Auto sein sollte. Das hier, das da, das da. Doch nicht. Ah, okay. Dann so. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Chloe. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Ah, ah. Und? Sieht nicht so danach aus. Nathan's Hinweise. Dann schauen wir mal. Eine SIM-Karte? Erst mal gucken. Puh, there's a lot of numbers in here. Hmm. Möglich. If there is a dark room, we better find it. Rachel in der Dunkelkammer. It's good that Chloe slipped all these files on her Flashdrive. Couldn't hurt to give this PIN-code a whack. Wir brauchen jetzt vier passende Hinweise, okay. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. All so busted. It's good to see, the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnungen. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Heuders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt. Ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die sie eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheiten mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. Wollt ihr sonst einfach mal versuchen, den Flyer, dann das Papier? Das ist jetzt am ehesten, was zusammenpasst. Oder irgendwie was mit dem Darkroom, ne? Gut, dann nehmen wir mal das mit dem Darkroom rein. Dann nehmen wir das. Oh, da sollte ich mir, glaube ich, mal Notizen machen. Wir haben zum einen 9, 5, 3, 5. Dann haben wir die 44, 36. Dann 54, 31. 9, 9, 8, 8. Dann die 0, 0, 5, 8. Und hier haben wir, glaube ich, die 3, 4 mal die 1, ne? Ja. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, was hat er hier? Wir müssen ja... Wir müssen ja... Ich versuche gerade irgendwas aus dem Geburtsdatum rauszuleiten. Aber vielleicht 0, 8, 95. Das wäre das Einzige, was ich versuchen würde. So, wir gucken mal. Fangen wir mal an mit 9, 5. 3, 5. Ich glaube, der Puck ist ja noch da. Gut. Wir gehen der Reihefolge nach. Und wenn die SIM-Karte sich sperrt, wir haben wir den Puck. Das ist ja nicht das Ding. Und so können wir, glaube ich, auch zurückspulen. Gut. Gut, gut, gut. Versuchen wir mal kurz was komplett außer der Reihe, die ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe. Das war einfach mal 0, 8, 95. Gut. Ähm. Waschlappen können nicht kämpfen. Du Schlampe hast meine Türe in ihr. Dein Stipendium ist Geschichte. Ja, von mir aus. So, wir machen mal weiter. Wir probieren einfach mal, das kann ich mir 20... Ups. Bad Code. Dachte ich mir. Ja, ich wusste, es wäre nicht so einfach. Ähm. Ich könnte mir höchstens noch irgendwas mit den anderen Nummern vorstellen. Also entweder 0, 1, 8, 9. Äh, 9, 8, so rum. Dann die 70, 63. Kann ich mir jetzt aber irgendwie nicht vorstellen. Nochmal 70, 63. Die 10, 10. Oder die 86. 9, 0, 8, würde ja nicht gehen, ne? Das Problem ist, wir müssen ja auch bedenken, das ist ja auch ein amerikanisches Spiel, ne? Also vielleicht... Vielleicht noch 0, 8, 9 und 20, maybe? Also ich glaube, die schreiben ja den Monat immer zuerst, ne? 4, 4, 3, 6, 0, 0, 0, 5. Die 9, 8, 8 haben wir auch. 4, äh, 5, 4. 4, 2 ist irgendwas, das ist unterstrichen. Aber da kann ich mit, noch nichts mit anfangen. So, wir probieren mal die 0058. Und irgendwas muss in der Schülerakte aussensichtlich sein. Damit zwar nicht vorstellen, aber 1, 9, 9, 5 ist ein Geburtstag, ja? Ups, bad code. Naja. Hm. Ich probiere jetzt einfach mal 29, 0, 8, aber das glaube ich, wird es auch nicht sein. Ups, bad code. So, dann machen wir jetzt nochmal... 0, 8, 9 und 20. Ah. 0, 8, 9 und 20 war es. Gut, was haben wir denn hier? Es geht. Okay, okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhig dich, bring's mir. Auf den Weg. Bleib weg. Bullen am Strand. Bist du da? Werte fehlte heute Nacht. Zuhause. Unterwegs. Stopp die Pfeife. Stopp die Pfeife. Nathan war jonesing hard the night of the party. Er hat nicht genug Drugs. Brauchst dringend. Ich mache keine Ausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit, ich zahl das Doppelte. Allerdings. Wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien? Adresse? Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halt das Geld bereit. Drugs-Dealer-Drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain? Skidu-Asset. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry, wegen vor... WG? Wegen vorhin wahrscheinlich? Brauchst du mehr? Bist du da? Ja, komm nicht. Ja, komm nicht und fick dich. Gott, Nathan. Du bist aus Kontrolle. Jo, brauch Gras. ETC. Sofort. Beruhig dich. Flipst du aus? Bald. Sei cool. Bitte. Strand. Benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho-stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Ey, Nutter. Ich meinst du ein Gehirn ausgelöscht? Is this from Nathans Father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich hab dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie ein selbstständiger Erwachsener behandle? Vereindruge mich. Nichts wäre mir lieber als stolz auf dich sein zu können. Arbeite dran. Jetzt dürfen wir alles noch kombinieren, oder? Oder können wir da jetzt einfach irgendwie wählen? Ach, du Scheiße. Ach, Max. Geh durch alle diese Daten und du kannst du herausfinden, wo Nathan hat Kate Kade nach der Partie gemacht hat. Ah. Was Frank meeting Nathan at the Junkyard? That beach is like Frank's main office. Ich weiß, Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Hm. Hm. Somebody is stocking up on gas. Why? If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Hm. Not much out there. Aber warte mal. 30.09.2013, 3.10.13, um 5.42 Uhr. Dann nochmal einen Tag später. Warte mal das. So, this infamous party was before. Am 5.10 um 6.00 Uhr. 4.10 um 18.00 Uhr. 23.00. Nee, kann nicht sein. Hm. Hmm. Hm. Hmm. Hmm. 30.9. können wir, glaube ich, vernachlässigen, oder? Weil die war ja am 4. Oktober. 10.7., nee, 7.10., das ist ein bisschen später. 7.10. Rottem nirgendwo. 4.10.23 Uhr. 4.10.23 Uhr. Nee, der fällt raus, aber hier, nee, ich glaube, nee, nee, ich bin wohl nicht da. Nee, 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 nee. Hier vielleicht noch? Nee. Bleibt tatsächlich doch die Scheune übrig, ne? 23.10.23 Uhr. Weed ist, glaube ich, nicht das Richtige. Das ist später. Hm. Dann das. Sieht gut aus. Doch nicht. Was ist das denn? Hm. Ja. 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 Hoffentlich. Und wenn, dann muss sie einiges erklären, denke ich. Wenn wir sie finden, was ich jetzt einfach mal hoffe, dann muss sie definitiv einiges erklären. Na dann, gucken wir mal. Einige. Einige, jemanden hier. Dann müssen wir in der Karte kommen. Wottson, wir können sicherlich vermuten, dass das Fahrrad ist nicht die Gefahrung. Äh, danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hatte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer an den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme. Wo ich gerade dabei bin, hoffe du kommst zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Und danke für die Nachricht an der Tür. Die werde ich nie wegwischen. Ich mag es ja nicht. Dies für die Ewigkeit. Hm. Oh, hallo, Eichhörnchen. Oh. Nein! Oh du. Aha. Sehr schön. Ein Blech, was wir bewegen können. Ah. Chloe, ich habe die Tür vorbeige. Komm schon. Oh, ja. Maximus. Hmm. Ist das quasi der Opa? Oder wäre es so? Muss ja eigentlich, ne? Aber gut. Das machen wir dann erst in der nächsten Folge. In dieser Hinsicht bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge von Life is Strange natürlich ebenfalls wieder mit am Start wert. Aber bis dahin. Ciao.